Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen unserer Universität und des Rektors unserer Universität, Professor Markus Müller, zum Tag der Universität begrüßen. Der Höhepunkt des Tages unserer Universität ist jedes Jahr die Universitätsvorlesung. In der Universitätsvorlesung sollen Zukunftsvisionen für unsere Universität entwickelt werden und heute wird Professor Markus Hengstschläger vom Institut für Humangenetik die Universitätsvorlesung halten. Professor Hengstschläger ist in der Öffentlichkeit bekannt, er braucht keine Vorstellung für mich. Lieber Markus, ich darf dich bitten, die Universitätsvorlesung zu halten und wir freuen uns alle darauf. Lieber Ossi, herzlichen Dank für die netten Worte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine Premiere für mich in zweierlei Hinsicht. Einerseits natürlich eine große Ehre, am Tag der Universität die Universitätsvorlesung halten zu dürfen. Andererseits in diesem Setting für mich auch eine Premiere und für mich auch neu. Ursprünglich habe ich vorgehabt, Bilder zu zeigen bei meinem Vortrag. Wir haben uns dann aber aus technischen Gründen überlegt, dass es wahrscheinlich für Sie einfacher ist, mir zu folgen, wenn ich Ihnen die Geschichte erzähle und vielleicht in Ihren Köpfen diese Bilder erzeuge. Ich habe die Bilder, die ich vorbereitet habe, vor mir und werde mich trotzdem an das halten, was ich vorgehabt habe. Also nur wenn Sie sehen, wann ich Ihnen wieder nach unten schaue, dann sind das sozusagen meine Unterlagen. Was möchte ich heute tun? Zwei Dinge habe ich mir als Aufgabe gestellt. Zum einen einmal das Zentrum für Pathobiokämie und Genetik der Medizinischen Universität Wien vorzustellen und zu erzählen, was wir da machen. Und zum anderen das Fach Medizinische Genetik zu beleuchten. Wie schon gesagt, auch unter dem Gesichtspunkt nicht nur, was machen wir heute, sondern was wird dieses Fach wahrscheinlich in naher Zukunft können. Auch wenn das Zukunftsmusik ist, ist das, und das werde ich versuchen klarzumachen, durchaus eine Zukunft, die schon angekommen ist und wo es gute Gründe gibt, jetzt schon, sowohl aus medizinischer Sicht, auch aus genetisch-biologischer Sicht, aber auch aus ethischer Sicht, darüber nachzudenken. Vier Aufgaben hat ein Institut für Medizinische Genetik oder ein Zentrum zu erledigen. Das eine ist Lehre. Darüber werde ich kurz auch sprechen, weil es hier eine Besonderheit bei uns gibt. Forschung, Patientenbetreuung, aber auch etwas Viertes. Das Vierte, was ich interpretiere, was gar nicht so unwichtig ist, wie man vielleicht am ersten Augenblick glaubt, ist Gremienarbeit, Beratungsarbeit, Beratung intern im Haus, an der Medizinischen Universität Wien, aber auch nach außen hin gegenüber der Politik, gegenüber Interessensvertretungen. Zur Frage des Zentrums für Pathopiochemie und Genetik. Wir sind in etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon, ich glaube, jetzt 17, 18 habilitierte Professorinnen und Professoren. Es sind verschiedene Fachrichtungen in unserem Zentrum vertreten. Genetiker, Biologen, Technikerinnen und Techniker, Ärzte, Ärztinnen und dann noch ein ganz anderes Spektrum noch zusätzlich. Was die Lokalisation anbelangt, das ist ganz kurz ein interessantes Faktum auf der Seite. Wir befinden uns in einem alten Gebäude an der Währinger Straße 10. Dieses Gebäude wurde 1875 von Heinrich von Verstl fertiggestellt. Ein Backsteingebäude, das gegenüber dem Hotel Regina mit einem Würstelstand davor, wie ich immer sage, sich befindet, mit viel Geschichte. Dieses Gebäude ist allerdings schon in die Jahre gekommen, nämlich gerade was seine Verwendung anbelangt im Zusammenhang mit unserer Forschung und im Zusammenhang mit unserer Lehre, sodass wir Teil eines Konzeptes sind, das an der Medizinischen Universität Wien bereits im Laufen ist und in einigen Jahren seine Umsetzung erfährt, nämlich die Übersiedlung in den MedUni Campus Marianengasse. Viele Institute, Zentren des vorklinischen Bereiches werden dort hinein siedeln und das ist eine ganz tolle Chance für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo wir gefragt werden, wo man uns inkludiert in die Entwicklung dieses Zentrums, dieses Campus, wo wir auch mitreden können und sozusagen auch mitgestalten können, wo wir dann eines Tages unsere Forschung, unsere Patientenbetreuung und unsere Lehre machen. Zur Lehre. Das Zentrum für Pathobiochemie und Genetik ist in zwei Institute gegliedert, einerseits in das Institut für medizinische Genetik und andererseits in das Institut für medizinische Chemie, also ein vorklinisches Zentrum, das aber auch, habe ich schon erwähnt, Patientenbetreuung übernimmt. Wir haben daher in der Lehre einerseits die Aufgabe, Humanmedizin, Studentinnen und Studenten auszubilden. Wir betreuen Doktorarbeiten, wir betreuen Masterarbeiten. Ein Spezifikum ist aber auch, dass man bei uns die Facharztausbildung machen kann zur Fachärztin für medizinische Genetik, zum Facharzt für medizinische Genetik oder auch eine Ausbildung zum Fachhumangenetiker, zur Fachhumangenetikerin. Das ist einmal ein Bereich, den wir sozusagen abdecken direkt in diesem Gebäude. Wenn es um die Patientenbetreuung geht, sei aber auch erwähnt, dass das Institut für medizinische Genetik eine sehr enge Kooperation mit dem AKH Wien hat, wo wir auch Patienten sozusagen im Zusammenarbeit betreuen und auch direkt vor Ort auch immer wieder gemeinsame Diagnosen erstellen, sodass es so ist, dass von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Wehringer Straße 10 durchaus auch immer wieder welche am AKH sozusagen, ich sage einmal temporär arbeiten und umgekehrt. Zum Bereich Patientinnenbetreuung gilt es jetzt zuerst einmal, das Fach medizinische Genetik zu umreißen. Die medizinische Genetik ist ein Bereich, wo es ausnahmslos darum geht, genetische Veranlagungen und der Zusammenhang derselben mit der Entstehung von Krankheiten. Also alles, was im Zusammenhang mit Erkrankungen des Menschen steht, wo es um Gene geht, ist im ganz groben gesagt der Aufgabenbereich dieses Faches. Da gehört zum einen einmal dazu, dass Ärztinnen und Ärzte bei uns genetische Beratungen durchführen. Also wir haben eine ganz typische Ambulanz, auch einen Ambulanzbereich, wo man kommen kann, sozusagen erzählen kann, welche Themen da interessant wären oder welche Themen Sorgen machen und dann unsere Ärztinnen und Ärzte, die hier Beratungen durchführen. Aber zusätzlich natürlich auch, und das ist sogar der überwiegende Teil, kann man Proben zu uns schicken, Proben zur genetischen Analyse. Hier ist es vielleicht wesentlich zu sagen, dass wir zwei grundlegend verschiedene Typen genetisch mitverantwortet oder mitbedingte Erkrankungen unterscheiden. Sogenannte monogene Erkrankungen, die im Bereich der medizinischen Genetik sind. Das sind Erkrankungen, wo ein Gen kausal mit der Entstehung einer Erkrankung verbunden ist. Da gibt es mehrere Tausend davon. Das sind in der Regel seltene Erkrankungen, also Erkrankungen unter Auftretungsverschränkungen 1 in 2.000 und aber oft viel seltener. Und dann gibt es den großen Bereich der häufigen genetisch mitbestimmten Erkrankungen, sogenannter multifaktoreller Erkrankungen. Was bedeutet das? Multifaktorelle Erkrankungen sind solche, wo Gene eine Rolle spielen, aber die Umwelt sozusagen mitbestimmt. Und der prozentuelle Anteil an der Mitbestimmung ist sehr, sehr unterschiedlich. Da gehören Erkrankungen oder die häufigsten Erkrankungen der Menschen dazu, Krebserkrankungen verschiedener Art, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen und vieles mehr. Dieser Bereich der multifaktorellen Erkrankungen, der muss sowohl in der Patientenbetreuung, bei der Beratung, als auch dann in der Diagnostik, klar von dem Bereich der monogenen Erkrankungen, aber auch in der Forschung getrennt werden oder getrennt betrachtet werden. Auch wenn die Übergänge gar nicht so oft oder gar nicht immer so leicht abzugrenzen sind. Es gibt aber eine zweite Abgrenzung in unserem Fach, wenn es um Patientenbetreuung gibt. Und das ist die, dass wir einerseits Patienten betreuen, bei denen klinisch manifest bereits die Erkrankung vorliegt, wo es um Differenzialdiagnose, Prognose, eventuell auch die Optimierung der Therapie geht. Und andererseits aber auch Menschen zu uns kommen können, die selbst noch nicht erkrankt sind, aber in der Familie oder aufgrund einer entsprechenden Familiengeschichte ein Risiko ausgemacht wurde, dass diese Patienten vielleicht eines Tages erkranken werden. Wir nennen diese genetischen Analysen prädiktiv, voraussagend. Das heißt, gesunde Patientinnen und Patienten kommen zu uns und wir beraten sie, ob das Risiko erhöht ist. Die Ärztinnen und Ärzte, noch einmal, das machen Genetiker, wie ich es bin, nicht. Das machen bei uns ausnahmslos dem Gentechnikgesetz folgende Ärztinnen und Ärzte. Und die beraten dann und dann eventuell auch entsprechende Diagnosen treiben zu können, um solche Voraussagen machen zu können. Das wäre das Wann. Die Frage, woran wir testen, ist eine Frage, die auch immer die Menschen sehr interessiert. Grundsätzlich kann man alle möglichen verschiedenen Proben an ein Institut für medizinische Genetik schicken. Das können Proben sein, wie am Erwachsenen, Blutproben, Tumor, Samples, was auch immer. Das können aber auch während der Schwangerschaft genetische Untersuchungen sein, die da in Anspruch genommen werden, wie nach Punktionen, nach Fruchtwasserpunktionen, Choriumzottenbiopsin. Heute auch immer öfter auch, indem man Blut der Mutter abnimmt und das Blut darauf analysiert, dass darin auch DNA des Kindes vorkommt. Und diese DNA des Kindes kann man dann auch testen während der Schwangerschaft, ohne sozusagen solch einen Eingriff wie eine Fruchtwasserpunktion zum Beispiel vornehmen zu müssen. Ein anderes, besonderes Spektrum an genetischen Diagnosen, das es weltweit gibt und das wir auch in Wien an der Medizinischen Universität Wien anbieten, sind genetische Diagnosen vor Eintreten einer Schwangerschaft. Das sind genetische Diagnosen, wo im Zuge einer künstlichen Befruchtung am Embryo oder an der Eizelle genetische Diagnosen durchgeführt werden, bevor der Embryo dann in die Gebärmutter eingesetzt wird und eine Schwangerschaft ausgelöst wird. Man nennt diesen Bereich Präimplantationsdiagnostik und ich werde noch auf das ein wenig zurückkommen. Nach dem Was und Woran stellt sich die Frage Wie. Und da möchte ich einmal ein bisschen klar machen, dass sich in unserem Fach ein Paradigmenwechsel bereits abgespielt hat. Natürlich bieten wir immer noch, und das gilt für alle Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Fach arbeiten, traditionelle, sehr, sehr wichtige genetische Untersuchungen, wie zum Beispiel zytogenetische Untersuchungen, Chromosomenanalysen an etc. Aber der Paradigmenwechsel ist definitiv dadurch zustande gekommen, dass heute Technologien existieren, die es uns ermöglichen, effizient und kostengünstig viel mehr Information über das Genom von Patientinnen und Patienten zu bekommen, als das in der Vergangenheit möglich war. Das erste Mal, als das Genom eines Menschen durchsequenziert worden ist, das war fertig im Jahr 2001, damals war noch Bill Clinton amerikanischer Präsident, das war das Human Genome Project. Dieses Human Genome Project hat 13 Jahre gedauert und in etwa das Genom dieses einen Menschen durchzusequenzieren mit all seinen 3,3 mal 10 hoch 9 basenbaren DNA, Adenin, Thymine, Gurenin und Zytosin hat in etwa 3 Milliarden Euro gekostet. Wenn man heute genetische Analysen macht, wir unterscheiden da verschiedene Typen von solchen Genomanalysen, dann dauern die wenige Tage, inklusive oft auch schon der Interpretation und die Kosten sind also schwer jetzt einzuschätzen, weil es davon abhängt, welche Diagnose man am Ende macht, aber vielleicht ein paar Tausend Euro. Wir unterscheiden hier bei diesen Technologien, die wir Next Generation Sequencing-Technologien nennen, sogenannte Whole Exome Sequencing-Analysen, wo wir alle proteincodierenden Bereiche analysieren von solchen, die wir Clinical Exome Sequencing nennen, wo wir sagen, wir untersuchen nur jene Bereiche, die wirklich auch klinisch relevant bekannterweise, wo Mutationen bekannterweise zu Krankheiten führen. Bei diesen Clinical Exome Sequencing-Analysen geht es schneller. Das ist natürlich also nicht das gesamte Genom und ist daher auch kostengünstiger. Der Paradigmenwechsel war einerseits also, dass es heute Next Generation Sequencing-Technologien gibt, die es bei uns auch im Haus gibt, wo wir diese Analysen durchführen können. Aber der weitere Paradigmenwechsel ist auch der, dass es möglich geworden ist, die auch richtig zu interpretieren. Viele Kolleginnen und Kollegen, die heute in der medizinischen Genetik bei der Interpretation mitarbeiten müssen und haben auch entsprechende Kenntnisse in Bioinformatik, um all diese, ich nenne es jetzt einmal so, Big Data auch analysieren zu können und letztendlich dann den Ärztinnen und Ärzten auch ermöglichen, diese genetischen Taten mit dem Phänotyp der Patienten zu korrelieren und dann auch entsprechende Beratung, entsprechende Schlüsse daraus ziehen zu können, entsprechende Befunde daraus erstellen zu können. Ich sehe also einen großen Paradigmenwechsel im Fach der medizinischen Genetik klar, dass immer mehr in Richtung Genomanalysen gemacht werden wird und dass der Schwerpunkt Interpretation und genetische Beratung enorm an Bedeutung gewinnen wird. Da kommt man in einen Bereich, für den die Medizinische Universität Wien auch schon einen eigenen Schwerpunkt gesetzt hat, den man gern unter dem Begriff Präzisionsmedizin zusammenfasst. Alles, was ich jetzt zum Beispiel erzähle über unser Zentrum, aber auch über medizinische Genetik, viel können Sie auf der Homepage unseres Zentrums nachlesen und nachschauen. Dort finden Sie zu einem einmal den Bereich der Forschung. Alle Forschungsgruppen, Leiterinnen und Leiter präsentieren sich dort mit ihren Projekten. Sie finden aber auf unserer Homepage auch alle Informationen zu Patienten, Diagnostik, die wir machen, was man wo, wann hinschicken kann und welche Untersuchungen es da gibt. Sie finden aber auch bei jeder Person sozusagen mit einem Link versetzt, welche Lehre diese Person an der Medizinischen Universität Wien durchführt. Einfach draufklicken und Sie sehen die Seminare, Vorlesungen, die diese Person durchführt. Aber wenn Sie an der Medizinischen Universität Wien schon einmal auf der Homepage sind und uns zu finden, Zentrum für Pathopiochemie und Genetik ist sozusagen eine Untergruppe auf der Medizinischen Universität Wien Homepage, dort finden Sie eine weitere und das wäre die für das Zentrum für Präzisionsmedizin. Und dort findet man gleich am Anfang sozusagen als Beschreibung dessen, worum es denn bei diesem geplanten Zentrum für Präzisionsmedizin an der Medizinischen Universität Wien gehen soll, eine Beschreibung dessen, was Präzisionsmedizin eigentlich ist oder sein soll. Dort steht geschrieben, jeder Mensch hat eine unterschiedliche, ganz individuell ererbte genetische Disposition. Das ist auch der Grund für ein mögliches genbedingtes Risiko für eine bestimmte Erkrankung. Die beste Therapie und auch die beste Präventionsform ist daher eine sogenannte personalisierte Medizin oder Präzisionsmedizin. Grundlage für die Präzisionsmedizin wiederum ist moderne Diagnostik, wie die von mir jetzt beschriebene Genomforschung, Next Generation Sequencing, Analysen von Genomen, aber gleichzeitig auch Dinge wie zum Beispiel molekulare Bildgebung, Analysen von Bildgebungen ganz verschiedenster Natur. Es zahlt sich aus, das Zentrum für Präzisionsmedizin zu besuchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf dieser Homepage auch mit dem Hintergedanken vielleicht das eine oder andere dafür zu spenden. Wir sind noch auf der Suche nach genug Finanzierung dieses Gebäude, das sich dann hauptsächlich mit dieser Art von Medizin beschäftigen soll, zu finanzieren. Präzisionsmedizin steht dafür, dass die Menschen aufgrund ihres genetisch-individuellen Hintergrunds verschiedene Veranlagungen für das Entstehen von Erkrankungen haben, aber auch verschiedene Veranlagungen dafür haben, wie sie zum Beispiel mit Medikamenten oder wie Medikamente bei ihnen wirken. Bei jedem Menschen wirken Medikamente individuell mit mehr oder weniger Nebenwirkungen. Man nennt diesen Bereich Pharmakogenomik und das ist auch ein Bereich, der ganz definitiv in die Präzisionsmedizin hineinfällt. In der Onkologie zum Beispiel werden diese Analysen schon viel angewendet, wo man die Therapie darauf abstimmt, welche bestimmten Mutationen zum Beispiel das Tumorgewebe hat. In die Zukunft schauen und ein bisschen die Gegenwart verlassen, auch wenn diese Zukunft schon da ist, führt automatisch bei der Präzisionsmedizin oder bei der Genomforschung zur Frage digitale Transformation oder künstliche Intelligenz. Es ist das eine Zukunft, die aber bereits begonnen hat und es geht immer darum, die große Menge an DNA, die man da sozusagen bekommt bei dieser Analyse, mit anderen Genomen zu vergleichen, um zum Beispiel eventuell krankheitsrelevante Veränderungen ausmachen zu können. Ein großer Aufwand, den man treibt und bereits ein Aufwand, wo Menschen darüber nachdenken, künstliche Intelligenz für die Interpretation dieser Daten zu verwenden. Nur als ein Beispiel, es gibt viele andere auch, aber nur als ein Beispiel habe ich mitgebracht eine Publikation von Kollegen, also nicht von uns, sondern von Kollegen aus San Diego, aus Kalifornien. Stephen Kingsmore ist sozusagen der Leiter dieser Gruppe. Stephen Kingsmore steht dafür, dass er schon einmal in einer Publikation in Science, Translational Medicine künstliche Intelligenz verwendet hat, über Textverarbeitungsprogramme ganze Krankengeschichten von Patienten zu interpretieren, mit Bildern und Informationen, die es darunter gibt, über Textverarbeitung und gleichzeitig über künstliche Intelligenz das entsprechend sequenzierte Genom, die DNA, das Erbgut dieser Patienten, mit diesen Krankengeschichten zu vergleichen und künstliche Intelligenz daraus eine Interpretation machen zu lassen. Machine Learning, Deep Learning. Das Ergebnis, das beeindruckende Ergebnis, das er publiziert hat, war, dass es fünf Minuten gedauert hat, um mögliche krankheitsverursachende DNA-Varianten aus 4,5 Millionen Varianten vorzuschlagen und zu berechnen. Wenn jemand in der medizinischen Genetik tätig ist und weiß, wie lange es oft dauert, das zu interpretieren, was wir hier an Daten haben und in Korrelation mit dem Phänotyp, mit dem Krankheitsbild zu setzen, dann sehe ich ganz klar, die Zukunft der Interpretation, da wird künstliche Intelligenz enorme Fortschritte bringen. Nämlich auch in der Kombination einerseits der Interpretation der DNA-Daten mit Daten des Epigenoms. Das Epigenom steht dafür, dass die tausenden von Genen von Menschen immer wieder unter verschiedenen Umständen verschieden verwendet werden. Epigenetik ist die Änderung der Genfunktion, die nicht auf Veränderung, in der DNA-Sequenz beruht, sondern auf der Tatsache, dass man manchmal diese Gene oder diese Gene verwendet. Sie entscheidet zum Beispiel über die funktionelle Identität einer Zelle. Also eine Hautzelle, eine Nervenzelle und eine Muskelzelle eines Menschen haben genetisch das gleiche Rüstzeug. Aber epigenetisch verwendet die Hautzelle andere Gene als zum Beispiel die Nervenzelle, schaltet andere aus und andere an. Das funktioniert über chemische Modifikationen der DNA selbst. Da gibt es ganz verschiedene. Diese zum Beispiel Methylierungsmuster entscheiden also darüber, welche Gene sind gerade aktiv und welche nicht, haben aber auch einen Einfluss bei der Entstehung von Erkrankungen, verändern sich manchmal während des Lebens und können unter bestimmten Umständen, und da gibt es noch viel, viel Forschung zu tun, wenn es um den Menschen geht, auch an nächste Generationen vererbt werden. Das heißt, auch die Interpretation neben der DNA-Sequenz des Epigenoms, nämlich der gerade aktuellen Verwendung zum Beispiel bei Tumorproben von Genen und das Aus- und Einschalten von Genen, kann dann wahrscheinlich eines Tages durch künstliche Intelligenz überlappend durchgeführt werden. Und das kombiniert mit all den Daten, die man aus der Krankengeschichte, aus Bildinformationen, Röntgenbildern, Ultraschallbildern und so weiter bekommt, wird in Zukunft sowohl die Diagnostik als auch die Therapie von Menschen präzisieren. Und das ist die Basis sozusagen der Präzisionsmedizin in der Zukunft. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass es hier auch sehr viel darum geht, nicht nur diagnostizieren, aber primär, sondern auch Krankheiten viel besser zu verstehen. Das heißt, auch in der Grundlagenwissenschaft, die dann auch in die Anwendung geht, wird Präzisionsmedizin enorme Schritte in den nächsten Jahren ermöglichen. Noch einmal, das ist erst am Anfang. Noch einmal, künstliche Intelligenz bei der Interpretation von Genomdaten verwenden wir zum Beispiel noch nicht am Institut. Aber das ist die Vision dieses Faches medizinische Genetik. Wenn man heute auf Kongresse fährt, ist das sozusagen ein fast dominierendes Thema. Hier gibt es ein besonderes Thema, das uns oder auch mich als Person, aber uns am Zentrum sehr beschäftigt. Mit dieser Art von Analyse gehen auch Fragen im Bereich der Ethik einher. Hier gibt es Themen, die es zu diskutieren gilt. Das gilt allgemein für die digitale Transformation in der Medizin. Das gilt ganz speziell für die Vermendung zum Beispiel von künstlicher Intelligenz bei der Genominterpretation. Digitale Ethik, ein Überbegriff, den es jetzt schon seit geraumer Zeit gibt, ist ein Bereich, wo man sich mit den ethischen Fragen beschäftigt, die durch digitale Transformation entstehen. Der österreichische Rat für Forschung und Technologieentwicklung, wo ich stellvertretender Vorsitzender sein darf, beschäftigt sich jetzt schon seit eineinhalb Jahren mit diesen Fragen. Wir haben gerade ein Buch in Arbeit, das wir herausgeben wollen, wo es gerade um die Bereiche geht, welche Fragestellungen ergeben sich durch Anwendung von digitalen Technologien, künstlicher Intelligenz, Internet of Things bis hin zu Robotics, aber nicht nur in der Medizin allgemein, sondern in der Medizin, sondern allgemein. Die Bioethik-Kommission, die österreichische Bioethik-Kommission, wo ich ein Mitglied sein darf, hat gerade auch ein großes Projekt gestartet, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Worum geht es hier im Zusammenhang zum Beispiel eben mit Medizin? Es geht um Datenschutz, es geht um Datenhoheit, es geht um Fragen der Privatsphäre, es geht um Fragen der Bewertungskompetenz dieser Daten, der Interpretations- und Entscheidungskompetenz betreffend dieser Daten, es geht um digitale Bildung, es geht um einen Überbegriff, der heute sehr oft verwendet wird und der aus meiner Sicht immer mehr Bedeutung bekommen wird, eines digitalen Humanismus, dass der Mensch sozusagen im Zentrum dieser Entwicklung der digitalen Transformation stehen kann. Nach diesem Ausflug ein wenig in die Zukunft, möchte ich zurückkommen sozusagen an die Gegenwart der genetischen Diagnostik und hier eine besondere Anwendung der medizinischen Genetik ein wenig herausheben, weil es etwas ist, womit wir uns seit langem beschäftigen, wo ich auch sehe, dass es immer mehr und mehr werden wird. Wenn Patientinnen und Patienten in die Ambulanz eines Instituts für medizinische Genetik kommen, dann ist ein großer Teil, ich habe es schon erwähnt, dass die Frage nach dem Wiederauftreten sogenannter monogener Erkrankungen, die vielleicht in der Familie schon einmal aufgetreten sind, man hat ein erstes Kind, man hat vielleicht Verwandte, die betroffen sind und stellt die Frage an die Ärztinnen und Ärzte, Wiederauftretungswahrscheinlichkeit, Erbgang, was ist zu tun? Non-direktiv, das heißt also nur die Information zur Verfügung stellen, jegliche Information zur Verfügung stellen, die von Nutzen sein könnte, Entscheidungen dann zu treffen, ist die Aufgabe der genetischen Beratung und wenn Familien davon betroffen sind, dass so eine monogene Erkrankung in der Familie vorliegt, dann gibt es einige Optionen. Die Option eins wäre zu sagen, gut, ich kenne mich jetzt aus, ich bin beraten, ich weiß, was das ist und das akzeptiere ich, wie es ist. Eine andere Option, die es in Österreich schon seit vielen Jahren gibt, ist auch, dass man sagt, bei einem nächsten Schwangerschaft würde man das gerne schon während der Schwangerschaft, ich habe es schon einmal kurz erwähnt, zum Beispiel im Zusammenhang mit Fruchtwasserpunktion oder auch fetaler DNA im mütterlichen Blut, genetisch analysieren lassen. Pränataldiagnostik. Und Pränataldiagnostik ist ein großer Bereich, und wir haben jetzt schon viele angesprochen, der medizinischen Genetik. Es gibt aber einen Bereich, der nicht etwas neuer ist, aber nicht mehr ganz neuer, weil etwas neuer ist, für Österreich aber gerade in den letzten Jahren eine besondere Bedeutung bekommen hat, und das ist das genetische Testen im Zuge der künstlichen Befruchtung, bevor überhaupt eine Schwangerschaft eintritt. Die künstliche Befruchtung, auch schon eine Technologie, die jetzt mehrere Jahrzehnte existiert, Bob Edwards hat dafür den Nobelpreis bekommen, zielt darauf ab, Paaren, die auf natürlichem Weg eine unerfüllte Kinderwunsch-Situation vor sich haben, also wo keine Schwangerschaft eintritt, zu helfen. In dem klassischen Fall der künstlichen Befruchtung handelt es sich um eine Hormonstimulation, wo dann Eizellen punktiert werden, die dann in der Petrischale mit Samenzellen befruchtet werden, und dieser Embryo entwickelt sich zwei, drei, vier Tage in der Petrischale und wird dann in die Gebärmutter eingesetzt, um eine Schwangerschaft auszulösen. Es gibt viele Gründe, warum auf natürlichem Weg keine Schwangerschaft eintreten kann, und so ist es auch etwa in Österreich, aber auch weltweit durchaus üblich, künstliche Befruchtung immer mehr auch einzusetzen, bei jenen Fällen, wo klar ist, auf klinischen Indikationen heraus, dass auf natürlichem Weg solch eine Schwangerschaft nicht eintreten wird. Diese Herangehensweise, dass aber der Embryo mehrere Tage in der Petrischale vorliegt, bevor er in der Entwicklung, bevor er in die Gebärmutter eingesetzt wird, eröffnet die Option hier auch, genetische Testungen durchzuführen. Genetische Testungen mit der Frage, wenn wirklich in einer Familie ein Wiederauftretungsrisiko hoch ist für eine bestimmte genetische Erkrankung, dann könnte man doch nach der Hormonstimulation die Embryonen darauf testen, ob jetzt der Embryo Träger dieser genetischen Erkrankung ist oder nicht, und nur solche Embryonen einsetzen, von denen man sicher ist, dass sie die Erkrankung nicht tragen. Und so entsteht eine Schwangerschaft, von der man schon bevor sie entstanden ist, weiß, dass diese genetische Erkrankung dann bei dem Kind nicht auftreten wird. Da gibt es zwei grundlegend verschiedene Technologien. Das eine ist die sogenannte Polkörperdiagnostik, die nur die Eizelle betrifft, wo man nur sozusagen die mütterliche genetische Beerbung oder den mütterlichen Beitrag testen kann. Eine Testung, die es in Österreich auch schon seit vielen Jahren gibt und wir durchführen. Und es gibt auch die Testung am Embryo, Nachverschmelzung von Eier- und Samenzelle, wo man am Embryo in der Regel dann nach einigen Tagen aus einem bestimmten Teil des Embryos, nicht direkt vom Embryo selbst, sondern von jenem Teil, der später zur Plazenta wird, ein paar Zellen gewinnt und diese dann genetisch untersucht und abhängig von dem Ergebnis dann die Schwangerschaft überhaupt erst auslöst. Wohingegen erstes schon seit vielen Jahren in Österreich eben angewendet wird, ist zweites in Österreich eigentlich verboten gewesen. Und im Jänner 2015 wurde das Fortpflanzungsmedizingesetz in Österreich dahingehend novelliert, dass diese Testungen am Embryo jetzt unter sehr strengen Auflagen auch erlaubt sind. Warum braucht es hier strenge Auflagen? Hier gibt es viele ethische Aspekte zu diskutieren, pro und contra. Einerseits die künstliche Befruchtung selbst, Hormonstimulation, physische, psychische, ökonomische Aspekte, was auch immer, die Erfolgsrate der künstlichen Befruchtung und vieles mehr. Und andererseits natürlich die Frage, was dürfen Genetikerinnen und Genetiker hier testen? Österreich hat sich hier zu einem Weg entschlossen, wo es auch sozusagen eine Aufgabe der medizinischen Genetik in Österreich war, hier zu beraten, Politikberatung zu treiben, um sozusagen wirklich die besten Voraussetzungen zu schaffen oder zumindest sehr gute Voraussetzungen zu schaffen, diese Technologie unter hohem ethischen Standard mit strikten Regelungen anwenden zu können. Das betrifft im Wesentlichen sozusagen zwei Aspekte, nämlich einerseits, was darf man testen und andererseits, wer darf das testen? Es gibt viele Regelungen in dieser neuen Novelle, in dieser neuen Form des Fortpflanzungsmedizingesetzes, vielleicht einmal nur eine, damit Sie sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit hier diskutiert worden ist. Es ist beschränkt auf bestimmte genetische, monogene Erkrankungen oder genetische Erkrankungen im Gesetz und andere dürfen nicht getestet werden. Also, einerseits nur solche, wo nur durch ständigen Einsatz moderner Medizintechnik oder anderer seine Lebensführung stark beeinträchtigender medizinischen oder pflegerischen Hilfsmittel der betroffene Mensch am Leben erhalten werden kann. Also, es muss sich um eine sehr, sehr schwere genetische Erkrankung handeln. Zweitens, oder es muss eine sein, die schwerste Hirnschädigungen auslöst. Oder drittens eine sein, wo auf Dauer an nicht wirksam behandelbaren, schwersten Schmerzen gelitten wird, die man nicht wirklich gut behandeln kann. Das sind die Voraussetzungen, die im Fortpflanzungsmedizingesetz gegeben sind. Und das ist der Rahmen, in dem man Präimplantationsdiagnostik in Österreich anwenden darf. Wer darf es anwenden? Hier bedarf es einer einmaligen Zulassung eines Institutes, eines Labors, das dann auch monogene Erkrankungen testen darf. So eine Genehmigung hat das Institut für medizinische Genetik der Medizinischen Universität Wien. Und zweitens muss jede genetische Erkrankung wieder einer Kommission vorgelegt werden. Und diese Kommission muss genau schauen, entspricht das den strengen Regeln des österreichischen Fortpflanzungsmedizingesetzes. Und wenn es diesen Regeln entspricht, bekommt man die entsprechende Genehmigung und darf diese genetische Testung dann auch durchführen. Ein Gebiet, auf dem wir seit vielen Jahren sehr intensiv arbeiten. Ein Gebiet, das für uns einen Teil oder einen beträchtlichen Teil unseres täglichen Arbeitens bedarf. Visionen für die Zukunft. Im Wesentlichen geht es in der medizinischen Genetik darum, auch zu forschen, um genetische Erkrankungen besser diagnostizierbar zu machen, aber vor allem besser therapierbar zu machen und im idealen Fall entsprechende prophylaktische Konzepte zu entwickeln. Ein Thema, das, wenn man eine Universitätsvorlesung über medizinische Genetik hält, nicht außer Acht gelassen werden kann, auch wenn wir so persönlich jetzt daran nicht arbeiten, ist das Thema der Frage, kann man denn genetische Veränderungen, die so krankheitsauslösend sind, nicht einfach wieder korrigieren? Ein Thema, das das Fach medizinische Genetik schon jetzt seit vielen Jahren begleitet, das man unter dem Überbegriff Gen-Therapie zusammenfasst. Die Idee dahinter ist, dass wenn wirklich ein Gen defekt ist, eine Mutation hat, man über einen bestimmten Ansatz sozusagen das wieder repariert oder ein intaktes Gen sozusagen als Alternative anbietet. Gen-Therapeutische Konzepte gibt es viele, gab es viele. Es ist in den letzten Jahren auf diesem Gebiet deshalb so viel passiert, weil neue Technologien dazugekommen sind, die sehr vielversprechend sind, die man ganz gern unter dem Begriff Genome-Editing zusammenfasst. Oft auch bekannt unter CRISPR-Cas9, wenn auch das nur sozusagen ein Teil des ganzen Spiels ist, aber ein ganz, ganz wesentlicher, zielt Genome-Editing darauf ab, wirklich in der Zelle, wo im Zellkern diese DNA-Veränderung vorliegt, durch einen bestimmten Mechanismus eine Korrektur wieder durchzuführen, sodass diese genetische Anlage wieder korrigiert werden kann. Grundsätzlich muss man sagen, ist das eine Technologie, die so in dieser neuen Form jetzt seit einigen Jahren existiert, die immer wieder verbessert wird, die noch nicht perfekt funktioniert. Es gibt dabei noch sogenannte Off-Taget-Effekte, aber die sehr vielversprechend ist für die Zukunft. Ich selber bin ein großer Fan von dem Anwenden dieser gentherapeutischen Konzepte, wenn es um sogenannte somatische Gentherapien geht. Wenn es darum geht, in Organen, in Geweben, wo genetische Defekte zum Beispiel zur Tumoreentwicklung beigetragen haben oder was auch immer, das wieder zu korrigieren. Somatische Gentherapie bezieht sich auf diese eine Person, auf diesen Patienten, auf diese Patientin, wird grundsätzlich einmal nicht an die nächste Generation vererbt und ist direkt sozusagen vor Ort zentral fokussierend, therapeutisch eingesetzt. Da gibt es schon Beispiele dafür und man muss da zum Beispiel die KT-Zellen erwähnen, in der Onkologie, die eigentlich ein gentherapeutischer Ansatz im weitesten Sinn sind, zur Krebsbehandlung oder ein Beispiel, das gerade aktuell viel diskutiert worden ist, die Erkrankung, das ist eine dieser tausenden monogenen Erkrankungen der medizinischen Genetik, die spinale Muskelatrophie, wo jetzt gerade eine Gentherapie sozusagen neu auf den Markt gekommen ist und neu in Anwendung kommt, um das SMN1-Gen sozusagen, oder ein korrigiertes, anzubieten. Somatische Gentherapie, da gibt es viele Studien und viele genetische Anwendungen, die möglich sind und da sehe ich auch für das Fachmedizinische Genetik in der Zukunft große Hoffen. Gleichzeitig aber gibt es einen anderen Ansatz, den wir immer als Keinbandtherapie zusammenfassen. Gemeint ist damit, die genetische Veränderung so früh durchzuführen, dass der Mensch in seiner Gesamtheit genetisch verändert ist, inklusive jener Zellen, Eizellen im weiblichen Geschlecht und Spermen im männlichen Geschlecht, über die man dann sozusagen diese genetische Veränderung auch an die nächste Generation weitergibt. Bei dem Beispiel, das ich bei der Präimplantationsdiagnostik erklärt habe, kann man sich auch gut vorstellen, dass wenn im Zuge der künstlichen Befruchtung der Embryo mehrere Tage in einer Petrischale vorliegt, dass das genau der Zeitpunkt wäre, wo man so eine genetische Veränderung durchführen kann, sodass dann ein Embryo in die Gebärmutter eingesetzt wird, der an all seinen Zellen diese genetische Veränderung hat, später ein Kind auf die Welt kommt, das in allen Zellen diese genetische Veränderung hat und diese genetische Veränderung so nach dem heutigen Stand der Wissenschaft ja natürlich auch an die nächste Generation vererbt. Keimbanntherapien, da besteht breiter Konsens international, sind eigentlich Therapien, wo man sagt, heute ist der wissenschaftliche Stand noch nicht so weit, sie anwenden zu wollen. Österreich hat klar gesetzliche Regelungen, die Eingriffe in die Keimbann des Menschen verbieten. Das teilt sich Österreich mit vielen Ländern Europas, aber auch mit vielen Ländern auf diesem Planeten. Und es besteht auch breiter, überwiegender, wenn auch nicht 100 Prozent, aber überwiegender Konsens, dass das jetzt einmal vorerst so bleiben soll. Ich selber sehe das auch so. Den Menschen in seiner Gesamte zu verändern, aus biologisch-technologischen Gründen, die Technik hat noch zu viele Nebenwirkungen, aber auch aus ethischen Gründen, vor allem Gründen der Folgenabschätzung, was diese genetischen Veränderungen dann in den nächsten, übernächsten und überübernächsten Generationen auslösen könnten, das ist sehr, sehr schwer abzuschätzen und daher besteht auch noch immer dieser breite Konsens, Scan-Bahn-Therapie sozusagen nicht zu befürworten. Nichtsdestotrotz wurde die medizinische Genetik auch von einer Situation oder mit einer Situation konfrontiert, die wir dann auch viel diskutieren mussten in unserem Fach. Das war im November 2018, als der Kollege He-Yang Ku in China ein YouTube-Video veröffentlicht hat, wonach er gesagt hat, dass er das erste Mal Menschen auf dem Planeten Erde in ihrer Gesamtheit genetisch verändert hat und dass diese Kinder auch bereits geboren sind. In seinem Fall war der Ansatz, eine bestimmte Veränderung einzuführen, die eine Resistenz gegenüber einer HNV-Infektion bei diesen Kindern bewirken soll. Es gab damals international durchaus eine große kritische Kommentierung dieses Vorgehens, die sogar dazu geführt hat, dass hier in kurzer Zeit eine Haftstrafe in China absitzt. Wohin sich Gentherapie bei der Gesamtheit des Menschen in der Keinbarentherapie eines Tages entwickeln wird, wage ich aber heute nicht abzuschätzen. Aus heutiger Sicht sage ich, ich würde es nicht befürworten wollen. Sollte sich der Stand der Wissenschaft jemals ändern, muss man das neu ethisch diskutieren, aber ich sehe das zurzeit einmal nicht. Also zusammengefasst, somatische Gentherapie klar befürwortet, aber Keinbarentherapie aktuell nicht. Wir selbst forschen auf anderen Konzepten und ich habe noch zum Abschluss noch zwei, drei Beispiele mitgebracht, damit klar ist, was medizinische Genetik sozusagen tut, um bei genetischen Erkrankungen einen Beitrag leisten zu können, durch Forschung sozusagen neue diagnostische, therapeutische, prophylaktische Konzepte zu entwickeln. Ein so ein Beispiel ist ein großer Forschungskomplex auch am Zentrum für Pathobiochemie und Genetik bei uns im Haus. Das ist der Komplex der Stammzellforschung. Schon vor einigen Jahren zum Beispiel haben wir Stammzellen im Fruchtwasser der Menschen entdeckt. Stammzellen sind Zellen, die sich noch in verschiedene Zellen entwickeln können. Die Potenz von Stammzellen ist unterschiedlich. Mit die potentesten sind sogenannte Pluripotente, die sich noch in viele verschiedene Zelltypen entwickeln können, also wo aus einer Stammzellen-Know-how Nervenmuskelzellen werden können. Stammzellen sind aber in Reihen grundlagenwissenschaftlich von großem Interesse, weil sie als Modell dienen, daran auch bestimmte Erkrankungsprozesse studieren zu können. Sie sind aber auch ganz klar immer wieder diskutiert im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Therapien. Die Idee grundlegend ist, dass man sagt, wenn ein Organ nicht mehr funktioniert, könnte man doch im Labor aus Stammzellen solche Zellen herstellen, dem Organ sozusagen geben und das Organ damit wieder funktionstüchtig machen, um es einmal ganz glob zu vereinfachen. Direkt auf solchen therapeutischen Ansätzen forschen wir nicht, aber ein Projekt, das ich Ihnen ganz kurz sozusagen als Forschungsprojekt, weil es mich auch persönlich so fasziniert mitgeben will, an dem wir arbeiten, ist die Frage, wofür gibt es überhaupt Stammzellen im Fruchtwasser der Menschen? Wir wissen, dass Zellen, und da gibt es andere Quellen auch, dass Zellen während der Schwangerschaft sozusagen aus dem fetalen Bereich in die Mutter wandern. Eine schwangere Frau hat Zellen in ihrem Körper, die vom Kind kommen. Diese Zellen, so der Verdacht, dienen dazu, bestimmte Wirkungen im Körper dieser Frau auszulösen. Ein bisschen, wenn ich das so ein bisschen ganz verallgemeinend darstellen kann und vielleicht auch etwas zu sehr vereinfachend, könnte die Idee dahinter liegen, dass man sagt, vielleicht dienen diese Zellen, welcher Natur auch immer, Fruchtwasserstammzellen, Patienterstammzellen, was auch immer, dazu, dass das Kind in der Evolution der interkorporalen Schwangerschaft, das Kind sozusagen dafür Sorge trägt, dass Organe, die vielleicht Schädigungen bekommen, regeneriert werden können, sodass die Mutter so lange am Leben bleibt, bis das Kind geboren ist. Also eine Idee, die sozusagen evolutiv hier im Hintergrund stehen könnte. Ob das so ist, dafür braucht es viel Forschung. Wir forschen gerade daran, herauszufinden, ob denn die Fruchtwasserstammzellen hier auch einen Beitrag leisten. Der Verdacht ist durchaus gegeben aus Vorexperimenten, dass wir im Fruchtwasserstammzellen in die Mutter wandern und in der Peripherie wandern, dass sie die Potenz haben, dort in Organe einzuwandern, sich dort in Zellen dieser Organe zu differenzieren und dort sogar Funktionen zu übernehmen, so denn dort Vorortschädigungen eingetreten sind. Ein anderes großes Gebiet, mit dem wir uns beschäftigen, und das ist ein typisches Gebiet der medizinischen Genetik, nämlich sich mit einer bestimmten monogenen Erkrankung im Detail näher zu beschäftigen. Bei uns hieß die Erkrankung ursprünglich einmal Tuberöse Sklerose, so heißt diese Erkrankung immer noch, aber wir forschen sozusagen nicht mehr primär auf dieser Erkrankung, sondern auf einem Signalübertragungsweg, zu dem wir über diese Erkrankung gekommen sind. Tuberöse Sklerose ist eine monogene, seltene Erkrankung, wo unkontrolliert Zellteilung zu Hamatomen im Hirn, in der Haut, im Herz, im Nieren bei diesen Patienten führt. Tubera im Hirn waren namengebend, das sind also solche Wachstumsregionen im Hirn, die dann epileptische Anfälle auslösen, mentale Retardierung, Autismus. Mittlerweile ist bekannt, dass es zwei Gene gibt, TSC1 am langen Arm des Chromosom 9 und TSC2 am kurzen Arm des Chromosom 16, sind die auslösenden Gene, wenn dort Mutationen vorliegen, dann bekommen die Menschen Tuberöse Sklerose. Was aber die Forschung, und wir waren bei weitem nicht die Einzigen, sondern da gibt es ein riesen, riesen Forschungsnetzwerk auf der ganzen Welt, was die Forschung in den letzten Jahren gezeigt hat aber ist, dass diese Gene, TSC1 und TSC2, Hauptregulatoren eines Enzyms in der Zelle des Menschen sind. Dieses Enzym unter dem Namen MTOR bekannt, ist ein Enzym, das nicht nur Zellfunktionen reguliert, ganze Körperfunktionen reguliert, eine unglaubliche Bedeutung bei Zellteilung, Entstehung von Tumorzellen, bei Apoptose, allen möglichen biologischen Funktionen von Zellen hat. Wir forschen auf diesem Bereich deshalb, weil wir uns erwarten, dass wir hier ein ganzes Spektrum von Erkrankungen eventuell beleuchten können, wenn man mehr über diesen Signalübertragungsweg der TSC-Gene und des MTOR versteht. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, um auch klarzumachen, wie konkret solch eine Grundlagenwissenschaft, die wir auf diesem Übertragungsweg, auf diesem MTOR-Weg durchführen, dann auch eventuell zu therapieren führen können. Eine Publikation vor geraumer Zeit unseres Zentrums in einem sehr prominenten Journal Nature Immunology, da konnte gezeigt werden von mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus unserem Haus. Ich habe mir vorgenommen, sozusagen, eigentlich die einzelnen Namen nicht zu nennen und auch sozusagen Ihnen klarzumachen oder damit klarzumachen, dass das meiste, was wir tun, eigentlich Teamwork ist. Manchmal betrifft es eine Gruppe, manchmal betrifft es mehrere Gruppen. Diese Publikation in Nature Immunology konnte zeigen, dass MTOR, dieses Enzym, ein wesentlicher Regulator der Entstehung von sogenannten Granuloma ist. Also, das sind Gewebeknötchen von Immunzellen, die entstehen bei bestimmten Erkrankungen. Eine Erkrankung zum Beispiel, bei der solche Gewebeknötchen entstehen, ist eine Erkrankung des Bindegewebes mit dem Namen Sarkoidose und diese Gewebeknötchen, diese Granuloma im Herz, in der Lunge, in der Haut, schädigen diese Organe dort. Die Publikation konnte zeigen, dass MTOR ein wesentlicher Regulator der Entstehung dieser Granuloma ist und hat dazu geführt, dass jetzt klinische Studien laufen, wo man Patienten, die an Sarkoidose an dieser Bindegewebeskrankung leiden, mit MTOR-Inhibitoren behandelt, mit der Hoffnung, hier aus der Grundlagenwissenschaft eine Übertragung in die klinische Entwicklung von Therapien zustande zu bringen und dieses Wissen über diese Funktion von MTOR bei der Entstehung von Granulomen auch oder Granulomen dann auch sozusagen einsetzen zu können, um neue Therapien entwickeln zu können. Ein anderes Beispiel, auch in einem Nature-Journal, wie wir das nennen, in Nature Communications, publiziert, war eine Publikation der letzten Jahre aus unserem Zentrum, wo wir zeigen konnten, dass bei der Verwendung von Stammzellen als Therapie, wo man Stammzellen in den Körper einbringt, gibt es immer ein Problem. Umso potenter diese Stammzellen sind, umso eher ist das Risiko, dass verbleibende nicht differenzierte Stammzellen, also angenommen, man möchte ein bestimmtes Gewebe regenerieren, dann macht man aus diesen pluripotenten Stammzellen dann Zellen dieses Gewebstyps, aber es verbleiben immer welche, die sich sozusagen nicht voll ausdifferenziert haben. Wenn man also dieses Transplantat dann verwendet, besteht das Risiko, dass die verbliebenen pluripotenten Stammzellen Tumore bilden bei diesen Patienten. Und man hätte dann so auf der einen Seite eine Art Regeneration des Gewebes vermittelt, aber auf der anderen Seite das Risiko, dass hier auch eine Tumorentstehung entfacht wird. Und Forschung, die wir bei uns im Haus durchgeführt haben, hat gezeigt, dass auch dieser MTOR-Weg relevant dafür ist, dass diese Tumore, die von Stammzellen ausgelöst werden, die benötigen andere Zellen aus umgebenden Geweben. Und um diese Zellen aus umgebenden Geweben für diese Tumorentstehung, ich sage einmal, anlocken zu können, muss der MTOR-Weg richtig reguliert werden. Auch hier wäre die Idee dann eines Tages zu sagen, aus dieser Grundlagenforschung vielleicht einmal in Zukunft ein Konzept entwickeln zu können, wie man die Tumorentwicklung, die immer als parallele Nebenwirkung gefürchtet wird, bei der Entstehung von Stammzelltherapeutikern hinten anhalten kann. Ein grundsätzliches Konzept, das wir jetzt ganz aktuell verfolgen in unserem Haus, ist aber ein Konzept, wo wir uns eine ganz aktuelle Entwicklung zunutze machen, um in der medizinischen Genetik ganz neue Ansätze verwenden zu können, um genetische Erkrankungen besser zu verstehen und eventuell sogar Therapien zu entwickeln und das ist, wir können nicht für alles Tiermodelle wie zum Beispiel die Maus verwenden. Die Maus ist für viele genetische, vor allem monogenetische Erkrankungen, monogene Erkrankungen nicht repräsentativ. Wir können auf der anderen Seite aus ethischen Gründen nachvollziehbar auch nicht Forschungen am Menschen in dieser Form durchführen und da gibt es jetzt einen ganz anderen Ansatz, einen neuen Ansatz, den wir jetzt bei uns auch sehr viel verfolgen, der auch das Fach grundsätzlich verändert und einen Paradigmenwechsel herbeiführen wird, sogenannte Organoide. Der Begriff Organoide steht dafür, dass es nicht ganz ein Organ ist, aber dass es eine organähnliche Struktur ist, eine ganz, ganz millimeterkleine organähnliche Mikrostruktur, die man in Petrischalen herstellen kann, wo man ganz ähnliche Strukturen bildet, wie zum Beispiel typischerweise eine Leberhard oder typischerweise ein Hirnhard oder typischerweise Magen-Darm-Strukturen oder Nieren haben und an diesen Organoiden, an diesen Mikrostrukturen in der Petrischale kann man dann die Funktion von Genen, wenn man sie verändert und diese Technologien stehen uns zur Verfügung, genau studieren und die Relevanz der Veränderung dieser Gene für die Entwicklung dieser Organe oder eben für Organschädigungen genauer studieren. Eine Technologie, die es jetzt schon seit mehreren Jahren gibt, die wir jetzt auch immer öfter anwenden, wenn es darum geht, herausfinden zu wollen, was Gene sozusagen für Phänotypen auslösen. Ein spezielles Organoid, das uns im Haus ganz speziell interessiert, es gibt auch Embryoide. Embryoide, das steht dafür, dass hier eine Millimetergrosse Mikrostruktur gebildet wird, die dem menschlichen Embryo ähnelt. Solche Embryoide können nie zum Menschen werden, also sie haben nicht diese Strukturen, die sozusagen ermöglichen, dass hier wirklich menschliches Leben entsteht, aber sie haben viele Funktionalitäten in dieser Mikrostruktur, die die Embryonal, in dieser möglichen, die Embryonalentwicklung, die humane Embryonalentwicklung sehr gut zu studieren. Wir machen solche Embryoide uns zunutze, um zu verstehen, wie genetische Veränderungen die Entwicklung ganz am Anfang des Lebens, also wie Leben entsteht, beeinflusst. Wie zum Beispiel die Implantation eines Embryos in die Gebärmutter reguliert wird, wie genetische Erkrankungen ganz von Anfang an entstehen, wenn man sozusagen in der Embryonalentwicklung dort solche Mutationen einführt und studieren kann, wie es die Entwicklungen zum Beispiel der verschiedenen Zelltypen in diesem Embryo beeinflusst. Embryoide, so sehe ich, sind eine Riesenchance für die Zukunft des Faches, sozusagen Anwendungen zu entwickeln, wo man wirklich sehr gut testen kann, wie auch in der Natur dann beschriebene Mutationen, für die man noch nicht genau versteht, welchen Phänotyp sie auslösen, genauer studieren kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am Ende mit ein paar Beispielen möchte ich es belassen und noch einmal sagen, dass das Fach medizinische Genetik ein Fach ist, das gerade eine Reihe von Paradigmenwechseln durchgemacht hat, aber gerade, wenn es um künstliche Intelligenz und das Auswerten von Genomdaten für Präzisionsmedizin geht, wenn es um die Fragen der Anwendung von genetischer Diagnostik ganz früh um Embryo geht, wenn es um Fragen geht der Grundlagenforschung an Organoiden oder Embryoiden geht und vieles mehr, gerade auch wieder vor neuen Paradigmenwechseln steht. Es ist mir eine besondere Freude und auch der besondere Antrieb, der sozusagen das Zentrum, das Fach und auch mich als Person sozusagen begleitet, ist doch, grundlagenwissenschaftlich zu verstehen, wie Erkrankungen des Menschen, die genetisch mitbedingt sind, entstehen. Das ist der eine Antrieb und der andere Antrieb, ich glaube, ich hoffe, ich konnte das auch ein bisschen klar machen, ist immer an der Medizinischen Universität Wien auch die Sicht direkt auf die Patientinnen und Patienten, immer gleich mit dem Blick darauf, was kann man denn von dieser Labor-Tätigkeit, von dieser grundlagenwissenschaftlichen Arbeit wirklich anwenden, um eventuell neue Diagnostiker, neue diagnostische Konzepte, neue Therapien oder im besten Fall sogar prophylaktische Konzepte entwickeln zu können. Bleibt mir also am Ende noch, mich ganz herzlich zu bedanken, einerseits, und es steht mir auch, glaube ich, gut an, mich zu bedanken einmal bei meinen Arbeitgebern, bei der Medizinischen Universität Wien. Es ist ein ganz, ganz toller Platz, solche Tätigkeiten im Sinne der Patientenforschung, Patientenbetreuer, Lehrung machen zu können. Das ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit und die Medizinische Universität Wien bietet für Forschung, für Patientenbetreuung, für Lehre, glaube ich, nahezu wirklich optimale Bedingungen. Der zweite Dank gilt aber natürlich auch Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie jetzt sozusagen mir zugehört haben, denn indirekt als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanzieren Sie natürlich das auch mit, auch wenn wir gerade bei uns auch am Zentrum viele Drittmittel haben und immer wieder uns darum kümmern, Drittmittel einzuwerben, Gelder über andere Wege zu bekommen, Forschungsprojekte einzureichen, ist es doch auch ein Bestandteil dessen, was wir tun, der finanziert wird aus der öffentlichen Hand und daher herzlichen Dank auch und bleiben Sie uns da gewogen und lassen Sie mich Ihnen versichern, wir werden noch in den nächsten Jahren auch aus diesem Fach vieles beitragen können, hoffentlich vieles beitragen können, zum Nutzen unserer Patientinnen und Patienten. Dankeschön.